4 Uhr 30 am Morgen, ab in den Urlaub in 3, 2, 1... Ich bin mit einer So, meine Lieben, eben Urlaub angekommen, ihr habt es bereits gesehen, wir sind schön mit der Fähre über das Meer, kann man sagen, über die See, sind wir drüber und jetzt, ja, gerade eben angekommen, es ist noch ein bisschen frisch, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr warm werden die Tage und ja, ich habe oft gefragt, ja, oder beziehungsweise viele Leute haben mir gesagt, hey, erhol dich gut und ich habe gesagt, ja, weiß nicht, oder viele haben gesagt, ja, komm den Kopf frei und es haben wirklich 10, 20 Leute zu mir gesagt, also Kunden, haben gesagt, hey, schön, bekomm mal ein bisschen den Kopf frei und ich habe gesagt, wieso Kopf frei, also, mir macht meine Arbeit so viel Spaß und das kann ich auch immer nur wieder den Leuten versuchen zu vermitteln, also generell jedem von euch versucht wirklich was zu finden, was euch Spaß macht, versucht was zu finden, ja, worin ihr einfach aufgeht und versucht was zu finden, was ich nicht nach Arbeit anfühlt. dann geht's, dann geht's, dann geht's, dann geht's, auf jeden Fall weiter, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020